Das Tempelhofer Feld. Den Blick schweifen und die Seele baumeln lassen. Auf der einzigartigen Freifläche im Herzen der Stadt. Diese Fläche soll nun bebaut werden. Was? Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Der Doppel stimmt wie an diese Drecks-SPD! Genau. Sind auch Sie gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes? Lassen Sie sich nicht verarschen. Gehen Sie am 25. Mai zur Abstimmung und stimmen Sie mit Ja für das THF-Gesetz und mit Nein gegen die Pläne des Senats. Erstens. Vielen Dank.